Wir sind am heutigen Abend. Der andere Maler, wie er steht, im Hintergrund. Corona, eine Pandemie, breitet sich aus. Keiner von uns wusste im Frühjahr 2020, was mit Corona auf uns zukommt. Wissenschaftler hatten schon vor vielen Jahren gewarnt, dass eine solche Pandemie auf die Menschheit zukommen kann. Aber wie immer werden solche Warnungen von uns verdrängt. Nun aber war die Pandemie auf einmal da und das hat uns beschäftigt. Das Thema hat in allen Bereichen uns beschäftigt, an der Arbeit, in der Schule, in der Freizeit. Alle Bereiche waren von Corona betroffen. Schreckliche Bilder aus Italien, ja aus der ganzen Welt, haben uns aufhorchen lassen und verängstigt. Wie gehen wir damit um, war die große Frage. Die Politik hat versucht, die richtigen Wege zu gehen. Hier wissen wir bis heute noch nicht, was wäre der beste Weg gewesen. In solchen und sicheren Zeiten suchen die Menschen Vertrauenspersonen, an die man sich wenden kann und von denen man Hilfe erwartet und auch bekommt. Da ist es ganz wichtig, eine Hauspraxis mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu haben, denen man vertrauen kann und die helfen. Wir sind im Fall genau in der glücklichen Lage, ein solches Team zu haben. Die klaren Leute von Dr. Uffelmann, den ich aus gemeinsamen Schulzeiten kenne und sehr schätze, aber auch zu nehmen weiß, die zuvorkommende Art der Arzthelferin, die Freundlichkeit des ganzen Teams, sagt mir immer, hier bist du gut aufgerufen. Ich bin ganz sicher, dass diese Pandemie dem Team sehr viel abverlangt hat. Eine schwere Zeit mit Stress, Enttäuschungen, Frustrationen. Dennoch hat das Team einen super Job gemacht. Diese Leistung möchten wir, die städtischen Gremien, mit dem Abistrat und Stadtverordnetenversammlung, im Namen der ganzen Bürgerschaft der Stadt Frankenau, mit der Verleihung des Frankenauer Rings, an das ganze Team würdigen und uns dafür ein wiederholtes Mal herzlich bedanken. Die Mitglieder des Teams möchte ich nun amtlich nennen, seitdem der alphabetischen Reihenfolge, Ute Hüppe, Andrea Ruhwedel, Karin Wickert, Karina Ohlsen, Daniela Pahr, Sabine Zöllner, Julia Dobry, Michael Dickeler und Dr. Marco Füllmann. Euch allen gilt unser Dank und wir hoffen, dass wir auch in den nächsten Jahrzehnten bei euch in den besten Händen sind. Das ist mal ein Applaus. Applaus Es ist der Arzt, ganz ohne Frage, Herr der Lage, in Krankheitsfällen, Herr der Lage. Er untersucht, berät, verschreibt, bis von der Krankheit nichts mehr bleibt. Der Patient ist hochgeglückt, weil ihn sein Leid nicht mehr drückt. Dass es ihn gibt, so Gott sei Dank, sonst blieben alle Menschen krank. Vielen Dank. Applaus So, Marc, dann gebe ich dir das aber jetzt nach vielen Jahren der Abstinenz, die immer wieder die Hand drücke, nicht die Faust. Einmal, da ringen wir dich und dein Team, das ist ein Wanderbekanter. Den darfst du jetzt jede Woche, darfst du den wechseln bei euch. Ich bin ein Wanderbekanter.